Ich sage euch, es ist heute echt kälter, als ich dachte. Scheiße! Das war wieder die beste Idee, heute mit dem Belly angeln zu gehen. Let's go, Josch! Josch hat das guter Fisch, Leute. Warte, wir fahren zu Josch, Alter. Guckt euch den Barsch an, Alter. Fett ist der auf jeden Fall. Ich glaube, so Ende 40, Alter. Hast du ihn? Auf Darksleeper? Ja, gelagert doch keiner. Du bist einfach der beste Einlad, hab ich doch gesagt. Erstmal bestellen den Bums, Alter. Seid dir ehrlich, Darksleeper, bester Köder, hab ich schon immer gesagt, Josch. Junge, das ist ein Maschinchen. Ab ihn! Barsch! Josch, was denn sonst? Gott sei Dank, Junge! Boah, er hängt so knapp, Alter. Guck mal, wie hässlich das hier ist. Auch die Macken, die er hat, die Rückenflossen. So ein richtig alter Barsch, ne?